Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play Witcher Teil 10. Wir sind da wo wir das letzte Mal aufgehört haben vor Kalksteins Haus. So und jetzt müssen wir, was müssen wir jetzt eigentlich, planlos in die Questbeschreibung schauen. Okay, das könnte lustig werden. Ich weiß doch, dass dein Zwerg... Hm, wehe Zwerg. Schauen wir doch mal. Wir haben dann die Map. Scharnis Haus, Kräuterkundler, Dorfhändler, Antiquarian, Schmied... Hmm. 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 Gehen wir doch mal rein. Mehr wie abgeschlachtet werden kann man ja nicht. Ja, ich bin der Schmied. Oh, das ist das. 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 Untertitelung für funk, 2017 Hm. Tja, anders sieht man es auch in Fantasy-Rollenspielen. Gibt es Rassismus, na, schlechter wird's, ähm, was? Du vergisst so viel. Rassist. Spannst du Spaß oder spannst du ein Gefühl? Schau. Okay. Okay. Schau, Co-op-Existence. Wenn ich ein Vivaldi wäre, würde ich... Ich bin ein Vivaldi. Okay, die Framerate ist gerade irgendwie runtergegangen. Hm. Oh, Bones. Ich sollte das versuchen. Das ist du, Vorka? Komm her, ich kann nicht sehen. Spannst du, ich bin tot. Der Basilisk ist tot und weg. Es ist klar, dass du besser nicht mitgebracht hast. Hm. Gut, ich habe noch diese... Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Okay. Entweder hat sich gerade meine Tastatur verabschiedet. Ja, hat sie sich. Toll, dass wir so ein Terrier beteiligen müssen. So, dann bin ich wieder. Jetzt auch wieder mit neuen Batterien in der Funktastatur. So. Exhaust. Aber da kein... Keine... Die Warnleuchte gibt mich, dann denke ich mir, hm, müsste ja noch lange reichen. Na ja, so. Gut. Und es leckt gerade, wie die so. Tjo. Wer könnte das wohl sein? Hm. Ja? Got a minute? Was hat dich eaten? Ich sage dir, einige Philosophie ist entstanden. Der Sinn der Leben, ey? Der Schmerz, der Wälder kämpft, stems von Chaos. Von Aktionen, der Schmerz auf die Wälder beherrscht. Nichts, wie in den Outskirts. Nicely put, but as young Serow said to King Verdank on their first date, does it have any practical uses? The right of Witchers to live and function in this world has fallen out of balance, because the struggle between good and evil now plays out on a different battlefield with different rules. Evil has ceased being chaotic. No longer a blind elemental power, evil follows rules according to the rights it's been granted. It functions in line with treaties. That's progress. With more of us living longer, we can slaughter one another in the thousands. Progress is like a herd of pigs. The herd brings many benefits, but no one should wonder at all the shit. Shit or no shit, Witchers exist to slay monsters. How can I when the real monsters hide behind ideals, faith, or the law? The biggest evil is moral relativity, which kills more than the Catriona plague and dragons combined. Witchers will always be needed, no matter where that pig heart leads us. I'm not so sure. Let me tell you something, Witcher. Once, we led a group of women and children through a war-torn land. They slowed us down. We had to feed them, protect them, and we had to hide in the woods to pee instead of passing by the road. In short, they were a burden, and I'm grateful at that. Know why we helped them? It was the right thing to do. That means nothing. Don't make me angry, cause I smack hard when I'm riled. It's the good you spoke of. If you want a scholar's word, read Visigotta of Corvo. Okay, I understand. Thanks. Farewell. Yes? Farewell. Okay, das war jetzt ein Dialog, den ich mal nicht erwartet hätte. Hm. Aber das war echt, also ich muss sagen, ich hätte jetzt so einen Dialog nicht erwartet. So einfach relativ grundlos, aber. Hm? Wie sehe ich hier? Quest ist eigentlich markiert. To the gallows with the squirrels! Tell me more. Anyone who assists the sons of bitches, or who otherwise commits treason against the kingdom, shall be handed to the hangman and end their life on the gallows. Herbs, ointments, flowers for the ladies! Greetings. You look pale. I have medications for an instant cure. My prices are reasonable. Hm. Where do you gather your herbs? Where do you gather your herbs? If I told, I'd be reduced to beggary and never have a new shoal. Choose what you want and no mischief. Ivo situation... So. I will not know, kurse die說 out ahead. They have several new patriarchsgahors you guys areulating from home. Freely verlet up. Oh, Mr. Issa's are the thing? I have another writer where I can marry that. Give me the Autobahn there. Ah, das war einmal zu viel. Schauen wir doch mal. Ich lag doch richtig mit meiner Vermutung. Egal, dass ich vielleicht ein Antiquarer oder so aufsuchen sollte. Das war ein Dwarf? Ja, er beschreibt seine Geschichte, auch. Ich nehme es. Ich habe es leider nicht. Ich habe es versucht, für Jahre zu gewinnen, den Volumen von Golan Vivaldi. Aber er ist ein Stubborn Dwarf. Du versuchst. Vielleicht wird er es dir. Ich weiß noch etwas anderes? Ich habe noch ein Buch über die Dwarf. Ich habe es gehört. Ein Sofar. An Alchemy Treatise von Gnomes. Es ist schwierig zu finden, aber ein bestimmter Hermit in der Swamp könnte etwas wissen. Danke für die Worte. Bücher, Schrauben, Schrauben... Wahnsinn! Oh. Oh. Get out! What's going on? We're arresting him for collaborating with terrorists. Him? A Scoia-Tel warrior? His nephew was in the very unit the Order captured. The same unit that slaughtered villagers near Vizima. No, it's a mistake! My nephew is young and foolish, not a murderer! Was. He's hanging already. Before dying, he admitted contacting you. Glad we caught them before they managed that weapons shipment. Aaron, a true patriot, lost his life luring them into a trap. Gather your belongings, Vivaldi. You can grieve in the dungeon. I wanted no part of the business between the Hawker and the Scoia-Tel. The fools gave me no choice. Fearing the revenge of the Scoia-Tel, Aaron betrayed the whole unit. Probably thought he'd be safe, get a reward. The young nonhumans will be carrion for ravens and crows. The only true victors in this conflict, for someone is sure to avenge the freedom fighters. Use their deaths, take just revenge for the cause. And the scavengers will be fat and sated. Ravens and crows. Go ahead and continue to restore. I do not let them них change. Get access to security. So what are you doing? This is talking about charging. Untertitelung. BR 2018 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 Boah, das ist ganz schön schnell für ein Zwerg. Untertitelung. BR 2018 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 Ich habe herausgefunden, Azar-Javid zu finden. Interessant. Sorry, ich habe dich erwischt. Ich weiß, dass du dein Bank verloren hast. Kind, zu sein, Frank. Mit einem Dwarf. Anytime. Ich habe Informationen über Javid, die mögliche Worte sein. Even die kleinsten Details sind manchmal. Ich habe ihn in den alten Fällen gesehen. Er hat eine Ausbildung in der Saucerischen Schule in Barnard gewonnen. Er wurde ausgewertet, nachdem er eine Interessantie in Dark Magik verletzt. Er hat eine Ausbildung verletzt, und das war der letzte Trace in unserem System. Du bist mit einem Renegade, und einer gefährlichsten. Mhm. Was bringt dich hier? Du hast eine Kopie des Secret Gates? Ich habe. Und was bleibt von meiner Schlechtung? Es ist dein, wenn du es möchtest. Wie viel? Du hast mich aus der Brüse genommen. Es ist ein Geschenk. Ich hoffe, dass du deine Assetzen hast. Das Banker hat meine Familie für Jahre alt und jetzt ein Mensch. Du hast es gesagt, dass das Justus ist? Goodbye. So. Alles schlecht. Musik Ich denke ich sollte selber nach weiteren Spuren suchen Ich habe beides interessant, ich weiß nicht warum, aber okay, gut Oh Gott Jetzt muss ich ein bisschen näher reingehen Das war ich kurz anders Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in dem Sümpfen lebte Tag und Nacht grübelte er über seinen Büchern und Papieren Pipetten, Pipetten, nicht Papieren Es heißt, er suche einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in schwarz gebranntes verwandeln kann Bei mir ist das Textfehler Oder die Auflösung macht gerade Probleme mit meinem Bildschirm Mit anderen Worten, ein Stein, der alle Materie umwandelt Die Götter reagierten erzürnt Denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm des Zaubersturm zum Einsturz Doch er erbaute ein Neuen und wirkte zauber, den Sturm zu binden Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zaubersturm umstürzte Doch er baute wieder ein Neuen und wirkte zauber, die Erde selbst zu binden So konnten weder Himmel noch Erde die Magier etwas anhaben Doch eines Tages verschwand er Manche sagen, er nahm ein Lehrling, was zu seinem Untergang führte Andere behaupten, eine Frau sei ihm zum Fängnis geworden Wieder andere Wieder andere Seine eigenen Geschöpfe hatten sich gegen den Magier gewandt Würde mir die wundern Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen Und hütet seine Geheimnisse Und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Ortseintrag hinzu Das ist immer gut Dann kommt das hier Einshof-Auer Ich verstehe, hier wird es komplett anders ausgesprochen Zehn weltliche Elemente, zehn Meilensteine Alles entsprang diesen Zehn Suche, öffne die Augen Blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden Der, der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen So, so er denn darum gebeten wird Dein Herz hingegen birgt keine Liebe Okay, das hört sich an wie ein Lied auf von irgendeiner Proband Doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt Der fähig ist zu lieben Du, der du blind warst Tauche ein in deinen Geist Deine Erinnerung Dunkel und gefährlich ist der Pfad Der von den Achso Der von der Versklarung zum Königreich führt Eine dreifaltige Gürtchen Jungfrau, Mutter Alter Weib Okay, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler Aber das gehört so Drei Gesichter Drei Gnaden 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 Garten Verstehen Macht Ruhm Um sie zu erlangen Sind Opfer und Gebete vonnöten Das Fundament liegt in tiefster Tiefe Lasse dich nicht von flackernden, unsteten Feuern in Versuchung führen Bezwinge den Tod Und dir wird eine Belohnung widerfahren Okay, langer Text So Der Sieg wird nur dem gewährt Der den Wächter bekämpft Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist Wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen Du wirst alles begreifen Was verschlossen ist Wird dir offen stehen Die zehn Namen lauten Weisheit Okay Kogma Verstehen Vena Liebe Gesat Barmherzigkeit Tipparat Macht Gevrat Sieg Netza Rum Oder sehen Nämlich Fundament Gesat Und Königreich Mal Leid Ach und Kone Keta Oh Gott Für Leute die sich fragen Was das jetzt für Geräusche teilweise zu hören waren Ich musste aufstehen Und ich spiele auf einem Fernsehen Musste ich so nah rangehen Weil die Schrift Brutal Bei dieser Auflösung Bei meinem Fernsehen Anfang zu verschwimmen Ist ein bisschen komisch Und nein Ich sehe nicht schlecht So jetzt habe ich mein Mikrofon wieder eingehängt Oh Gott Also dieses Buch fügt Dem Tagebuch einen Ortseintag hinzu So Was jetzt Was jetzt Ihre Information Genau das werde ich jetzt wohl tun Meide schläft ja immer Hmm Sorry I got lost in thought About the tower Yes I have new information on the tower Tell me quickly Before this tower The mage erected two others But both collapsed This one served as his house and lab I knew that Anything more? The mage lived there until he disappeared Most likely dead He constructed clay golems that served him But hardly seemed a major achievement That would agree With the legends of the century There are ten cornerstones involving the elements and threads of fate from which all this was born Sephiroth So the old scrolls are true One book contained hints of the stone's whereabouts We must find all ten Sephiroth I own one of them Chokma The stone of wisdom I suppose I'm to find the others Yes Near the tower You'll find a circle of stone obelisks When you have all ten Sephiroth Place them on the obelisks Ah So close What a breakthrough I'll abolish the theory of those stuffy professors in Oxenfort I'll destroy them Smash them Kalkstein Don't get worked up until I find the stones Which won't be easy The information in these books is murky at best Sorry Could you show me these books? I'll make notes for you Here There you are Ah yeah Ich muss sagen Nur diese Nachrichten Sind ein bisschen sehr Kurz Von der Einblendungszeit her Eigentlich will ich doch eher Hm Hmm Ähm, Moment, Moment. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Ah, ich hatte auch direkt. Haha. Somehow they found out I'm after them. Who? What happened? Salamandra. I was a step away from solving the mystery. One small step. Relax, Raymond. You're safe now. Not likely. They're following me day and night. I gotta find a way to lose them. What do we do? I'll set a false trail. You question the new suspects. Who? Here, take these notes. They list all the key leads. What do you intend to do? They're on my heels, so I've got to disappear. I'll draw them away while you pursue the investigation. I'll find you, White Wolf. Hmm. That makes no sense. What do you want? Die Vivaldi machte jetzt eine Box-Fleisch-Kalkstein. Aha. Das ist der Händler, den wir schon mal trafen, der anscheinend der Bund schon mal das Geld gegeben hat. Geld kann man immer brauchen. Das ist der Händler. Das ist der Händler. Gehen wir doch mal der Sache danach. Jetzt legt es gerade so. Mhm. Okay. 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 Okay, das ist schon sehr, sehr lustig. Diese Information habe ich aus Kalksteins Aufzeichnungen, Wahrheitlichkeit, zum Glück hat Kalksteins das für mich ausgewertet, ich hatte niemals die Verbindung zwischen Waden und Wahrnhöpfigkeit gemacht. Okay. Ich habe den Namen und fremdsprachigen Namen quasi ausgewertet, sprich das ist anscheinend sehr, sehr lustig. Warum führt mich das da hin? Die sieht irgendwie high aus, aber okay. Ja. Hm. Okay. Sprich zum Beispiel. Ah, okay. Genau. Man muss also bestimmte Sachen machen, um das zu erhalten. Das ist ein bisschen... Im ersten Moment denkt man sich wild, aber es macht schon Sinn. Ich sollte aufpassen, wo das Ding hin bewegt. Für Leute, die sich fragen, wo ich jetzt hingehe, nach den Aufzeichnungen muss man die... Ähm... Okay, das war ein komischer Bug. Okay. Ähm, da muss man anscheinend die Chefin von der Steinbrennerei flachlegen. Na gut. Das war jetzt ein bisschen... Hm. Voll ausgedrückt, aber es ist anscheinend tatsächlich die Aufgabe... ... ... ... ... ... ... Transport services at the best prices. Where do you go? I ferry people from Vis... Take me to the other side. Times are wasting. Du hast deine Meinung gemacht? Bereit zu gehen? Wie viele Mal hast du mir das gefragt? In die Schwamp? Wahrscheinlich sind diese Steinteile die man braucht so sinngemäß. So ungefähr, dass man auserwählt ist und einmarschieren kann. Das einzige was mich bei dem Spiel bislang wirklich gestört hat, sind die Ladezeiten. Und dass die Schrift ein bisschen unscharf ist. Gut, vielleicht kommt das bei dem Video dann nicht so, aber das ist beim Spielen. Ich spiele jetzt ziemlich alles auf dem Fernseher und ich kann eigentlich bei ziemlich allen die Schrift lesen, bei denen ich relativ unscharf war. Okay. Die Schrift von Jägermeister wird mir sein, sonst werde ich ein Mercenar. Auf Wiedersehen. Huh? Moment. Moment. Jetzt... Ach der hat mir die... Et woher du hinslasting hast? 다면 vielleicht ein Respekt? Seh mal im Boden. forehead. Um. Ich brauche mich an eine Schule. Her Oprah. Ich war, Kopf. Um! Sonstrat ciao. Wo ist denn? Wo ist denn? Wie anführend jetzt die Ziegelbrenner, ok, jetzt schau ich doch mal. Bin ich ja mal gespannt, was zum, äh, wo ist denn? Okay. 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 Okay, du hast zu viele Quests auf einmal, dann kümmere ich mich doch mal um die, mit dem Jungen Verloren die Lampe, die schau'n tief, äh, okay, da hinten ist der Droidenhain, das ist der Steinkohle, ähm, oh, das kann was werden. Um, der Schau'n tief, äh, in der Trin, das Beste, das Beste, dich, die Schau'n tief. Zieh die Waffe Ich finde die Viecher irgendwie lustig Ich weiß nicht warum Toll Oh! also ich kann ja mit dem schweren nicht angreifen nur zur sicherheit ich habe aus dem viertel eines letzten teils gelernt ich weiß nicht was macht man da der golem toten acke das hört sich schon mal sehr gesund an ich muss ganz ehrlich sein da spreche ich lieber nochmal weil ich wette ok der schießt ein leuchtsignal nach oben das hatte das mit dem dinge zu tun das kann ich schon mal sagen ich sehe die verbindung vielleicht schon die zusammen anschalten quasi naja dann eben nicht obwohl ich hätte ja jetzt kümmere ich mich jetzt mal um die eine mission marschland nicht ok bevor die mich angreifen ich kann es auch so spielen wie Skiren ach die sind ja nett gib mir hin kriegt mir einen aufs Molten hmm Was ist das? As for dryads, ask them yourself. Farewell. As for dryads, ask them to go. 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 There is a graphic failure. Oh no, that is a blank. That is a blank. As for dryads, ask them to go. 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 Ah, ich habe so gewusst. Was antwortet man da? Egal, ich habe einfach mal das Winkler. Okay, jetzt ist es lustig. Der Spruch ist gut. Ich nehme das erste, weil das ist echt... Ich muss gerade lachen, weil es ist irgendwie... Ich werde jetzt den Part hier beenden. Dann sage ich, dass er sich immer an dieser Stelle sagt. Wenn Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.